Ach, Frau Meier, wie geht's denn so? Danke, und selber? Ja, auch, auch. Ach, wo wie hier gerade? Diese Sache mit dem Finkel? Ja. Haben Sie sicher gehört, ich sage mit dem Finkel nicht? Ja klar, hat ja die Runde gemacht. Hat es, natürlich. Aber da sind ja auch solche Gerüchte im Umlauf. Gerüchte? Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ist doch vieliger Quatsch, aber da scheint doch jemand tatsächlich mich mit in Verbindung zu bringen. So was von einem den Hahn herbeigezogen, und ich wollte doch nur sicher gehen, dass ihr nicht... Also der Herr Finkel hat mit uns allen persönlich gesprochen. Hat er? Ja, und er hat uns die Sache sehr plausibel dargestellt. War es das jetzt? Ich muss dann auch mal wieder los. Ja, aber das kann er doch gar nicht. Ich meine... Vielleicht sollten Sie mit Herrn Finkel mal persönlich reden. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ja, sicher. Kein Problem. Schönen Tag dann noch. Ihnen auch. Zumalher! Untertitelung des ZDF, 2020